Untertitelung des ZDF, 2020 Als Kind habe ich Time Bandits sehr gemocht. Dieser Film hat sich über die Jahre aber nicht so gut gehalten. Mir gefällt die Wirklichkeitsflucht, die durch diese Filme möglich wirkt. Die neue Hobbit-Trilogie hat mir super gefallen. Der Herr der Ringe-Trilogie gebe ich nochmal eine Chance und schaue, ob sie den Test der Zeit besteht. Als ich noch jung war, mochte ich Blade Runner sehr gerne oder auch die sehr unterhaltsame Science-Fiction-Serie Red Dwarf. Und natürlich das Original Kampfstern Galactica. Ich war gerade mal sieben Jahre alt, als die Serie zum ersten Mal gezeigt wurde. Das war, als hätte man jede Woche Krieg der Sterne im Fernsehen. Mir gefallen alle Genres. Also kann ich mich in fast jede Art von Serie verlieben. Die gigantischen und übertriebenen Hollywood-Blockbuster wie Transformer sind aber nicht mein Ding. Das ist mir einfach zu viel. Mir gefallen die einfacheren Sachen mit einer Geschichte. Deswegen mag ich Battlestar so gerne, weil es um die Menschen, ihre Dramen und die Reaktion geht. Wenn Leute an ihre Grenzen getrieben werden. Das war so viel. Es ist all über die Menschen und die Dramen und die Dramen und die Leute, die sie reagieren.